Ich kann nichts für Sie tun. Ohne Durchsuchungsbefehl geht es nicht. An und für sich nicht. Doch das ist ein außerordentlicher Fall, Inspektor. Auch wenn es gefährliche Verbrecher sind, es ist ein Privathaus. Das Gesetz erfordert... Das Gesetz erfordert, dass wir jetzt schnell handeln. Sie brauchen ja nur einen Polizeirechter, der unterschreibt. Zu der Zeit? Es geht um jede Minute. Sonst könnte es statt Entführung Mord sein. Schon gut, ich versuche es ja. Sehr freundlich. Es tut mir leid, Gentlemen, aber ich kann nicht. Sie vergeuden jetzt bereits eine Stunde. Das Gesetz treibt man nicht an wie ein Gaul, Mr. Holmes. Das Leben von Mr. Mellers liegt in Ihrer Hand, Inspektor.